Hallo, ich bin Extine Walli-Frau von TV Drachen. Heute bringe ich euch einen speziellen Report. Was kommt in unser Kind und Jugendlich machen? Dass die Skiferie nicht langweilig wird. Für viele Ideen reden wir mit Herrn Walli. So, Herr Walli, was hast du für Ideen für Skiferien? Ich habe viele Ideen. Erstens, man kann immer zum Frühstück sie essen lassen. Aber nein, das ist nicht so. Das ist etwas langweilig. Und das Zweite, man kann zum Beispiel immer Socken an die Hände anziehen, wenn man ins Bett geht, anstatt Handschuhe. Aber das ist auch etwas langweilig. Und das Dritte, das Dritte, das Dritte. Man kann mit dem Velo rückwärts auf einem Eisfeld umeinander fahren. Aber nein. Hä? Aha, ich muss schnell losen. Ah, klar, wieso ist mir das nicht in den Sinn gekommen? Spannendste und das Beste, das Banalp-Ski-Lager. Exklusiv für ein Mose-Kind. Den kannst du nachher. Ja, schau doch gleich rein. Bis jetzt trage es mal. Noch nicht. Es kommt man ein wenig an. backar Tagalas Untertitelung des ZDF, 2020 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 What you got, a billion could have never bought We gonna party like it's 30-12 tonight I wanna show you all the finer things in life So just forget about the world we young tonight I'm coming for ya, I'm coming for ya Cause all I need is a beauty and a beat Who can make my life complete It's all about you When the music makes you move Baby, do it like you do Let's go 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 Sogar in der Schweizer Tourismuswerbung kommt banalt vor als einer der wichtigsten Orte in der Schweiz vor Winterplausch Herr Walli, warum ist dies so? Ist das nicht super gewesen, was man da alles kann machen in dem Benalpskilager, aber... Aha... Aha, du bist nicht mehr in der Primarschule Dann... Dann musst du ins 2. lagern Und dann gibt's ganz viele Sachen für dich Schau mal an! Und dann gibt's ganz viele Sachen für dich Und dann gibt's ganz viele Sachen für dich Ja... Return to the MAC Get up what it is, what it does, when it is, when it isn't Looking for a better way to get up out of bed instead of getting on the internet and checking a new Henny Get up! First shot, keep strip walking Little bit of humble, little bit of cautious Somewhere between like Rocky and Cosby, sweater game No, no, y'all can't copy ya Bad moonwalking And this here is our party My posse's better on Broadway And we did it all with Chrome music I shed my skin and put my bones into everything I record to it And yeah, I'm on Like that stage light Going shine on down Got that Rob Barker, suit game and plinko in my style Money Stay on my craft and stick around for those pounds But I do that to pass the torch and put on for my town Trust me I'm my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T Shit hustlin' Chasin' dreams since I was 14 With a four-trap bussin' Halfway cross that city with a backpack That, 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 that Crush it Labels out here Now they can't tell me nothin' We give that to the people Spread it across the country Labels out here Now they can't tell me nothin' We give it to the people Spread it across the country And we go back This is the moment Tonight is the night We'll fight till it's over So we put our hands up Like the ceiling can't hold us Like the ceiling can't hold us Can we go back? This is the moment. Tonight is the night. We'll fight till it's over. So we put our hands up like the ceiling can hold us. Like the ceiling can hold us. I wish that the sky is locked. And now we come to the end of our special report of our 2015 special report, which is exactly why the Banalp Skilager is the best method against a boring Skifery. Call us at www.skilager-enetmos.ch www.skilager-enetmos.ch www.skilager-enetmos.ch